hallo ihr gut aussehenden frettchen herzlich willkommen bei quick easy comics der verlag der das gute maiweg comic heft rausbringt und ich zeige es euch jetzt mal seit 2017 sind jetzt 19 nummern erschienen die nummer 20 ist in der mache und erscheint im kommenden monat im juni 2021 das sieht doch alles ganz ganz wunderbar aus hier haben ein seltenes sonderheft wer wird millionär kostet eine million euro kneipen comics die gaststätte m drüge pitter kurz edb das zwölfjährige feiern konnte gab es dieses sonderheft dann haben wir noch wichser das erste comic heft das deinen namen trägt super ne das ist komplett in farbe so was sieht gut aus macht leider sehr viel arbeit hier haben wir die ganz neue nummer und da muss man sagen es ist ein underground comic der darf noch schwarz weiß sein und das sieht ebenfalls wunderbar aus hier alle das aller erste heft unter dem logo quick easy comics da war die auflage auch nicht sonderlich hoch aus dem jahr 1996 97 und jetzt denkt ihr ich will auch so was wunderschönes haben ich will auch so ein maiweg comic zu hause das geht sogar und ich zeige euch jetzt wie man es am besten macht man kann hierhin geld überweisen hilft der armen wurst ja und dann kriegt ihr vier hefte portofrei ins haus geliefert das ist doch super ja wenn ihr wissen wollt was hat der mann so gemacht in den letzten jahren anstatt sich mit seiner gattin zu beschäftigen er hat comics gezeichnet ich wünsche euch was passt auf euch auf macht nie etwas kluges geht dummheiten dummheiten sind das woran man sich erinnert wenn man später alt ist bis denn tschüss